Wir hatten uns zu Anfang mit der Parallelschaltung beschäftigt und werden uns jetzt mal anschauen, was passiert denn bei einer Reihenschaltung. Ich werde das ganz einfach skizzieren, eine Spannungsquelle. Ich schreibe hier mal 6 Volt und mache Gleichstrom daraus. Und ohne Schalter, ohne weiteren Schmuck nehme ich statt Widerständen drei Lampen. Lampen haben ja, wie wir wissen, auch einen gewissen Widerstand, der ist sogar temperaturabhängig. Und dieser Widerstand ist so dolle, so groß, dass die Lampen anfangen zu leuchten. Widerstände sind eigentlich nur Wärmeumwandler, also Umwandler der elektrischen Energie und Wärmeenergie. Moment, mir gefällt die Schaltung noch nicht. Ich mache die mal ein bisschen länger, damit wir mehr Platz haben, damit wir das besser darstellen können. So, also jetzt den Leiter hier ran. Man möge mir verzeihen, dass ich nicht ganz so normgerecht hier auf dem Tablet skizziere. Wir sagen zu diesen drei Lampen R1, R2 und R3, weil es, wie gesagt, Widerstände bilden. Und diese Lampen, die leuchten alle. Also die funktionieren alle. Bisher nichts besonderes. Aber jetzt lasst uns mal überlegen, was mit dem Strom und was mit der Spannung passiert. Ich mache es wieder menschlich. Ich mache also aus den Elektronen kleine Menschen. Und diese Elektronen wandern alle immer in dem Bestreben die Leiter entlang, um letzten Endes hier wieder an der Spannungsquelle anzukommen. Wenn also hier der Minuspol ist, und Elektronen sind ja alle negativ geladen, dann werden die von hier weggeschubst und von dem Pluspol angezogen. Da wollen sie hin. Den Strom suchen sie, äh, den Weg suchen sie sich. Jetzt wandern hier lauter Elektronen los, sehr viele Elektronen, und stoßen an den ersten Widerstand. Und sagen sie, naja, dann müssen wir uns eben da durchzwängen. Es nützt ja nichts. Sie zwängen sich durch und letzten Endes kommen auch alle Elektronen weiter. Sie haben ja keinen anderen Weg. Den anderen Weg, den hätten wir bei einer Parallelschaltung. Wenn ich hier einen Abzweig hätte, ich werde den gleich wieder löschen. Wenn ich hier einen Abzweig hätte, vielleicht mit einer anderen Lampe, dann würden sich die Elektronen sagen, naja, ein Teil rennt schon mal hier lang und der andere Teil sagt, na, bevor sich da alle rumdrängeln, rennen wir hier weiter. Das haben wir aber in diesem Fall nicht. Also, wir haben einen puren, eine pure Reihenschaltung. Ich werde nochmal gleich auf Reihe eingehen, wenn ich diese Lampe wieder weg habe. Ja, nochmal in Reihe, das heißt, alle hintereinander. Jetzt kommen alle Elektronen schließlich an der nächsten Lampe an, müssen sich dadurch zwängeln und schaffen das auch bis zur dritten Lampe und haben endlich wieder freie Bahn und alle Elektronen, die alle hier durchgekommen sind, kommen endlich wieder, wirklich alle, die losgerannt sind, kommen alle wieder hier hinten an. Es wird keiner zurückgelassen. Hier rum um die Ecke und so weiter. Wenn man sich das als Menschenmenge vorstellt, wäre das dann so, dass ich viele, viele, viele Leute habe, die stehen alle dicht gedrängt da rum, in einem Raum und der Raum hat nur einen Ausgang, dann irgendwie müssen sie alle raus, das heißt, die zwängen sich hier alle durch. Und wenn hier danach ein Raum kommt, wo sie durch müssen, also hier habe ich einen Korridor, wo sie durch müssen als Zwischenstation und der hat dann auch hier hinten wieder die gleiche schmale Tür, dann werden alle Menschen letzten Endes hier teilweise ankommen, sich hier wieder rumdrängeln und weiterlaufen. Schließlich sind alle leer und alle sind drüben auf der anderen Seite angekommen. Also es ist vollkommen egal. Wir können also sagen, was die Ströme betrifft, wenn ich also, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich die richtige Farbe nehme, wenn ich also sage, wie groß ist denn I1 und I2, also wenn ich direkt mir hier ein Messgerät, nämlich ein Strommesser reinschalte oder ich schalte den hier rein oder ich schalte den hier rein oder hier danach, wobei ich diesen auch sonst wo postieren kann, den kann ich auch hier mitten in die Leiter reinschalten, was würden dann I1 und I2 und, oh, pardon, und I3 letzten Endes für Werteanzeigen immer die gleichen. Ähnlich wie diese Menschenmengen, die registrieren, es wandern alle Elektronen hier durch und lass jetzt I1 mal zum Beispiel, äh, 1 Ampere sein, spaßenshalber, dann muss I2 auch 1 Ampere sein und I3 muss auch 1 Ampere sein. Auch I Gesamt muss 1 Ampere sein. Demzufolge können wir dieses, diese, ein weiteres Gesetz, ich möchte jetzt noch nicht den Namen für diese Gesetze sagen, weil das würde jetzt Verwirrung stiften, können wir ein weiteres Gesetz in dem Reihenstromkreis so formulieren, I Gesamt bei einer Reihenschaltung ist I1 plus I2 plus I3, ich kann so viele Messinstrumente einbauen, wie ich will, in diesem Fall sind es 3 plus I tralala. Ich verwende jetzt keine anderen Symbole. Tralala meine ich, ich kann so viel wie möglich Messinstrumente einbauen, die zeigen mir alle dieses 1 Ampere an zum Beispiel, hier in dieser Schaltung. Die Spannung, die Spannung ist ja ein anderer Ausdruck für Druck.